Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start in die Woche, seid gut reingestartet. Bitcoin macht ein bisschen was, endlich nach 2-3 Wochen, wo nichts passiert ist. Sehen wir zumindest mal einen kurzfristigen Pump. Ist es nachhaltig, auf was müssen wir jetzt achten? Amerika hat heute zu und Shiba News. Wir sind pickepacke voll heute. Ich freue mich drauf. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, auf die Glocke abonnieren. Und nochmal kleiner Reminder, Femex-Aktion, 4.500 Dollar, Einzahlungsbonus, Link unten in der Videobeschreibung. So, soviel zu mir. Ansonsten, wie gesagt, momentan 30.500 US-Dollar. Wir sind mal wieder über der 30.000 US-Dollar-Marke. Endlich, es wurde auch mal Zeit, dass sich hier irgendwas mal tut. Ich bin zwar trotzdem immer noch ein bisschen short eingestellt, beziehungsweise immer noch ein bisschen bearish. Aber wenigstens haben wir mal ein kleineres Breakout sehen können. Aber was mich hier noch ein bisschen von der Freude zurückhält, ist einerseits das Volumen. Was jetzt nicht wirklich geil war, also klar, wir hatten diese zwei kleinen Pumps nach oben hin. Trotzdem vom Volumenprofil her sieht es für mich nicht nachhaltig aus. Wahrscheinlich eher so ein bisschen Short-Liquidation, die hier ein bisschen stattgefunden haben. Wir sind genau am Monats S2 rejected worden und jetzt schon fast das zweite Mal. Also zweimal richtige Abverkaufscandles. Auf dem 1-Stunden-Chart sieht man das hier ganz schön, was hier passiert ist. Also Pump nach oben, sofort abverkauft, nächster Pump. Und jetzt so ein bisschen Doji-mäßig, wo wir uns hier mit der letzten 1-Stunden-Candle verhalten haben. Trotzdem, wir haben nächsten Support erst einmal hier wieder in dem Bereich bei 29.400 bis 29.200 US-Dollar. Die erste 1-Stunden-Demand-Zone. Plus, wir haben unser CME-Gap noch. Das ist noch nicht gefixt. Einerseits, weil die US-Märkte eben gerade geschlossen haben. Das müssen wir ein bisschen im Hinterkopf behalten. CME-Gap 28.800 US-Dollar. Oder behaltet das bitte im Blick. Märkte öffnen morgen erst wieder heiß. Wir könnten hier so eine Art False-Move-Monday-Video hier sehen. Also so ein False-Move. In dem Sinne, wir schicken alle Leute heute long. Lassen die in der Stimmung, dass wir oben jetzt ein bisschen konsolidieren. Jeder denkt jetzt wieder, oh ja, wir haben jetzt unser Breakout endlich geschafft. Was wir auch einerseits geschafft haben. Wir sind einerseits aus diesem Downtend raus. Aber wir sind noch nicht wirklich aus dieser Range draus. Ihr seht, wir hatten hier immer wieder diese Fake-Outs hier oben. Hier einmal. Und immer wieder in diese Range. Und solange wir hier nicht wirklich aus dieser Range ausgebrochen sind, mit einer 4-Stunden-Candle mindestens. Lieber wären wir sogar eine Daily-Candle über dieser wichtigen 31.000 US-Dollar-Marke. Solange stehen wir in der Schwebe, sage ich jetzt einfach mal so. Ansonsten können wir uns nochmal ein kleines Fib dazuziehen. Einfach von unserem Tiefpunkt bis zu unserem High sehen wir auch, okay, dieser Bereich um 29.200 US-Dollar wird heikel sein. Aufgrund des Fibonacci Retracement Level, aufgrund des Golden Pockets. Die EMA Ribbons, da sind wir weit entfernt. Trotzdem die Mahnzone, Golden Pocket plus 7E Gap liegt bei 28.800 ungefähr, passt mit dem 0786er. Das heißt, wir könnten hier auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob im Laufe des heutigen Tages oder morgen, wenn die Märkte dann öffnen, nochmal einen kleinen Move nach unten sehen, um die Leute, die alle jetzt schon wieder long gegangen sind, nochmal ein bisschen rack zu machen und dann hier unsere Long-Position langsam aufbauen und dann einen Move nach oben hin sehen. Das ist jetzt so momentan der Move, den ich plane. Ansonsten, 4-Stunden-Chart, schauen wir uns auch nochmal ein bisschen genauer an. Wir hätten dann erstmal wirklich Luft bis 34.000, 35.000 US-Dollar bis hier oben in diese Marke, wo wir hier doch ein bisschen mehr Volumen, sag ich mal, hatten. Auch der Monats-S1 liegt hier, wobei wir hier auch noch ein bisschen vorsichtig sein müssen. Mittwoch, neuer Monat. Aber ich denke, die Pivots werden sich jetzt nicht so radikal nach oben oder nach unten verschieben, nachdem wir echt wenig Trading-Range hatten jetzt den ganzen Monat. Wäre zumindest das erste Ziel, sollten wir nach oben hin ausbrechen. Die 34, 35.000 US-Dollar, aber ich schließe trotzdem nicht diese 24k einfach aus. Das könnte einfach trotzdem der Bottom sein, wenn wir hier nochmal runtergehen, diesen Wick hier füllen, um die Liquidität zu holen, um dann mit Schwung nach oben hin zu brechen. Also es ist übergeordnet, bin ich weiterhin bearish eingestellt. Kurzfristig könnten wir jetzt wirklich mal eine Trendwende sehen, zumindest in 34, 35er Bereich. Sobald die 31k brechen, äh, ja nach oben hin durchbrechen, ihr wisst euch, was ich meine, dann wird es interessant. Ansonsten, auch die anderen Märkte, Ethereum verhält sich relativ gut, auch hier. Zumindest auf einen 1-Stunden-Chart können wir uns das mal ganz kurz angucken. Auch ein schöner Aufkauf, zumindest was wir hier gesehen haben. Pumpes hier hoch in diese Range, wo wir jetzt erstmal unsere kleine 1-Stunden-Supply-Zone hatten. Die haben wir jetzt zumindest komplett abgearbeitet. Das heißt, wir haben die Ineffizienz in diesem Bereich rausgenommen. Spricht aber auch wiederum dafür, wir haben jetzt die Ineffizienz nach oben hin rausgenommen, dass wir wiederum die Ineffizienz nach unten hinnehmen. Und das heißt auch hier, dass wir nochmal mit einem Bereich hier ungefähr bei ungefähr 1.800 US-Dollar rechnen könnten, um hier auch nochmal eine Art Bart-Simpson-Pattern, ich nehme es ungern in den Mund, weil es einfach sowas nicht gibt, hier runter nochmal gehen oder sogar tiefer 1.780 US-Dollar, um dann einen schönen Move aus dieser Range, sag ich mal, rauszukriegen. Wir hatten auch hier wenig Bewegungen, genauso wie bei Bitcoin, wobei Ethereum sich deutlich nochmal schwächer verhalten hat. Auch hier nochmal, zum Vergleich, schauen wir uns einfach nochmal kurz das FIP-Level an, ob wir hier Confluence sehen. Und ihr seht es auch hier, 1.780 US-Dollar, Golden Pocket, knapp unter der 1-Stunden-Demand-Zone, würde eigentlich perfekt passen. Retest hier runter und dann wirklich mal einen Abtrend zu bilden. Das wäre einfach hier perfekt, wenn wir hier einen Abtrend reinkriegen. Ares Eye, muss ich euch nicht sagen, ist jeweils im 1- und 4-Stunden-Start deutlich übergekauft, beziehungsweise sehen wir hier eine kleine Korrektur. So, jetzt, Shiba Inu News, just in, Shiba Inu Founder has deleted all his Tweets and Blogposts. Ja, was heißt das? Geht Shiba Inu jetzt pleite? Sehen wir hier einen Dump, schauen wir uns doch einfach mal den Kursverlauf an. Hier sehen wir zumindest eine kleine Short-Möglichkeit, die sich hier ergeben könnte, trotzdem charttechnisch. Gleiches Spiel wie im Endeffekt bei Bitcoin und bei Ethereum. Also, ganz ehrlich, wer hier ein bisschen gambeln will, kann auf Short tippen. Kann natürlich auch genau das Gegenteil dann passieren, dass irgendwelche News-Überschieber Inu rauskommen und das Ding einfach nach oben hin schießt. Vorsichtig sein, nicht von irgendwelchen News beeinflussen lassen. Auch hier, kurz zur Korrektur, einfach mal ganz kurz das Golden Pocket nehmen. Bereich hier um 0, 1, 0, 9, 8 ungefähr im Auge behalten. Hier wäre eine Short-Möglichkeit oder Opportunity, trotzdem nehmt das Risiko hier echt nicht unbedingt in Kauf. Bearish Divergence hatten wir, die spielt momentan aus, das heißt Golden Pocket erst einmal Ziel. Gut, dann noch ein bisschen Altcoins, Gambeln, XRP, gleiches Spiel, Pump nach oben, auch hier. Nehmt euch einfach mal das Fibonacci Retracement Level hier ein bisschen zu Hilfe. Das kleinere liegt bei ungefähr 0, 38, 39. Einfach mal so für Korrekturphase, trotzdem bis zum 0, 7, 8, 6er rechne ich hier nochmal mit einem kleineren Dump oder einer kleineren Korrektur im Laufe des heutigen Tages, beziehungsweise morgen. Schauen wir mal, was die Märkte so bringen. Ansonsten, Downtrend weiterhin hier in Takt seht ihr ganz gut. Auch hier wurden wir rejected bei XRP, also es hat sich nichts geändert, auch wenn wir so einen kleinen Pump haben. Wir haben noch kein höheres Hoch gebildet, wir bilden weiterhin tiefere Hochs. Bestätigt einfach hier nochmal den Downtrend, 200er SMA, 200er EMA auf einen 1-Stunden-Chart, weiterhin deutlicher Widerstand. Und deswegen freut euch einfach nicht zu früh, verfallt nicht jetzt irgendwie in FOMO, kauft jetzt hier blind rein. Ich habe gestern schon mal einen Teil Avalanche gekauft, werde mir jetzt A0 noch ein bisschen zulegen. Habe ich hier, glaube ich, noch gar nicht in der Liste drin, kommt aber auf jeden Fall noch. Das sind jetzt so die Coins, die ich momentan im Blick habe, beziehungsweise schon mal ein bisschen akkumuliere. Werde aber, wie gesagt, im Laufe der Woche wahrscheinlich noch ein Update-Video raushauen, was ich jetzt kaufen werde, zu welchen Preisen, wo sind die nächsten Nachkauflevel und sowas. Schauen wir einfach mal. Gut, dann noch ganz kurz News, Bitbox einrichten. Das Schweizer Hardware-Wallet für die maximale Sicherheit. Bitbox eigentlich ganz nice, glaube ich nutzen auch viele. Wenn ihr nicht wisst oder wenn ihr daran Interesse habt, schaut es euch einfach gerne mal an den Artikel. Ich werde ihn euch später nochmal in die Telegram-Gruppe posten, kommt da auch gerne rein. Link unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, ich habe genug gequatscht. Boah, ich habe heute einen Zug drauf, merkt er gar nicht. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Freue ich mich drauf. Ansonsten gerne Telegram-Gruppe, Femmex-Aktion und einen Link in der Videobeschreibung. Wir hören uns morgen wieder und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.